Hallo und Willkommen, hier ist Benjamin für TechEU und nachdem ich euch letzte Woche gezeigt habe, wie ihr das Benutzerpasswort in Windows 7 und Windows 8 umgehen könnt, dachte ich mir, ich zeige euch heute einfach mal, wie wir das Ganze auch in Mac OS X schaffen können. Dazu müssen wir in die Wiederherrschungspartition booten. Um diese zu erreichen, müsst ihr euren Mac neu starten und die Tasten CMD und R gleichzeitig drücken und halten. So lange, bis ihr in der Wiederherrschungspartition angekommen seid. So, zurück in der Wiederherrschungspartition klicken wir zunächst hier oben auf Dienstprogramme und anschließend auf Terminal. Wenn sich das Terminal geöffnet hat, geben wir den Befehl Reset Password ein, bestätigen diesen mit Enter. Anschließend sehen wir auch schon, dass im Hintergrund ein neues Fenster aufgegangen ist. Was ihr zunächst machen solltet, hier oben auf die amerikanische Flagge klicken, andere Eingabequellen und dann auf Deutsch. Denn dann habt ihr auch das deutsche Tastaturlayout, andernfalls hätten wir das amerikanische. Wir wählen dann hier in diesem Fenster unsere Partition aus, wählen den Benutzeraccount, und wir haben hier jetzt schon den richtigen. Anschließend geben wir hier das neue Kennwort ein. Ich möchte das Kennwort Techie benutzen und eine neue Merkhilfe, wenn gewünscht. Das lasse ich jetzt mal weg und klicke auf Versichern. Da kommt nochmal eine Warnmeldung. Das akzeptieren wir, bestätigen es mit OK und klicken anschließend hier unten nochmal auf Zurücksetzen. So, das war es auch schon. Wenn wir jetzt neu starten, dann werden wir gleich sehen, ob das Passwort Techie einfach so funktionieren wird. Zurück am Login-Bildschirm möchten wir probieren, ob das neu angelegte Passwort, in meinem Fall Techie, auch funktioniert. Das probieren wir dann auch gleich mal. Techie, Enter, und schon bekommen wir eine Warnmeldung, dass unser Anmeldeschlüsselbund nicht freigegeben werden konnte. Das liegt natürlich daran, dass der Schlüsselbund von macOS X, in dem alle Kennwörter aufbewahrt werden, noch mit dem alten Kennwort gesichert ist. Wir könnten den Schlüsselbund jetzt aktualisieren, wenn wir noch das alte Kennwort wissen. Sollten wir das nicht mehr wissen, müssen wir einen neuen Schlüsselbund erstellen. Dann sind aber auch alle gespeicherten Kennwörter verloren. In unserem Fall wissen wir noch unser altes Kennwort, deswegen nehme ich jetzt einfach mal Aktualisieren und schwupps, schon bin ich auf dem Homescreen auf meinem Desktop und kann OS X ganz genauso wieder nutzen wie vorher. So einfach wie es war, dieses Kennwort zu umgehen, so leicht ist es auch, sich davor zu schützen, und zwar indem wir ein Firmware-Kennwort erstellen. Dazu müssen wir zurück in die Wiederherstellungspartition. Um ein Firmware-Kennwort zu erstellen, müsst ihr in der Wiederherstellungspartition oben auf den Punkt Dienstprogramme gehen und anschließend auf Firmware-Kennwort. Nicht jeder Mac unterstützt das, allerdings die allermeisten und vor allem die neuesten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wieder über einen Daumen hoch. Wenn ihr keine weiteren Videos von uns verpassen möchtet, dann abonniert uns und wenn noch Fragen sein sollte, dann schreibt es uns in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!